Hallo, hallo ihr Leben, das ist mal wieder in der nächsten Folge mit dem jungen Mann, der gerade reinigt hat, man hat den aus Multipli-Gee und meiner Wenigkeit, der immer noch draußen steht, der dies. Was? Zu spät. So, wenn ich mich recht entzünder Häuschen soweit fertig, wir müssten mal die Sachen dann draußen reinräumen, damit das nicht so aussieht. So wie es ja aussieht. Hm, ich glaube da hat jemand sein Handy noch laut. Erinnert mich daran, dass mein Verwerber noch laut ist. Äh, ja man. Nun nicht mehr. Mal sehen, ich... Oder doch, oder... Moment, lockt noch ein paar Gein an. Mit Seed. Ganz normalen Weißes Seed. und nun so sind uns ich ja ok aber wie wärs wenn du scheiße wie wärs wenn du im Moment wartest du erstmal die ich bin nicht scheiße ich bin nicht rein Das hier vorher sehe ich schon mal eben eine mit Scheiße. Ähm, wie wäre es, wenn du erstmal hilfst dir den Krempe reinräumen? Nee. Wie, nee? Nee. Doch? Nee. Doch? Nee. Doch? Doch? Du könntest damit ziemlich verarschen. Stan. Du dacht, nee. Aufwand, du mal nachher. Nehmen wir eh niemanden. Wir probieren es mal. Ist jetzt egal. Nur erstmal, dass die Kisten, die draußen wegkommen und denen das erstmal... ... ... ... ... ... ... ... Prozent weiter Prozent 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 1 wenn Sie hin Prozent das so schon Prozent Zuckerrohr angebracht? Ja. Ich komm gerade mit 16 Zuckerrohr wieder zurück. Also mit 16 Bambus. Warte mal. Warte doch immer, ja whatever. Zuckerbambus. Ja. Warte. Warte haben wir alle zu uns angenommen. Ja, bei mir auch. Ja, wo war das denn? Stopp, stopp, stopp. Was sind die Erzählungen? Ah. Ah. Nö, ey. Verwirk dich auch. Ja. Da steht einmal ein Kau herum, mit einem zu tun und da steht ein Kau am Motor. Was hier? Ja, Mann. Ich nicht. Ne. Okay. Habt ihr sehen. Wollt grad meckern, aber ich werde da nicht richtig bewegen. Ich wieder wegbekommen? Hm. Warum sind denn die Kisten so schnell voll? Ich würde eh. Halt schon. Was ist das denn? Oh, ey, das ist ein bisschen Fandle. Zwei Mal ja. Zwei Mal ja nun. Hm. Auch? Ja, selber auch. auch Prozent Prozent in zwei Milliarden Werkbänke da braucht man schon so viele Leitbänke so so nein aus hier Gute Nacht Gute Nacht Bitte was? Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht also ja bitte ich lebe hm ok maaaan sau ok ooooh ja man ooooh ich bin er mal endlich mal endlich Taa ich wollte es jetzt habe ich nicht gekriegt also wir sind jetzt wieder seltsam seltsam weiter 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 ist nicht zu krass ups oh da war plötzlich ein Beißen direkt vor der Nase ja wie gesagt auch vor allem nachher vielleicht vielleicht aber gut er kann ja ne irgendwann müssen wir schon mal ordentlich schaffen mhm wie du machst das schon aber zweifel seit dem was ist denn nicht wo sie und nur mhm es könnte daran liegen das immer noch machen so wie war es du willst du in den Keller haben ne hm Wenn nicht schlecht. Ach ja. Ich muss trinken schön dran. Vielen Dank. So, äh... Oh, schimpfer, da hat man schon ein Puschel. Jutti. Können wir jetzt? Okay.